Hallo, willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir das Türchen 5 auf. Genau, herzlich willkommen bei Family Fernweh. Die Karo, die hat hier noch ihren Schlafanzug an. Wir haben sonntags und wir machen heute das fünfte Türchen auf. Und die Karo war gerade aufgewacht und ich war schon am Morgen so lange wach und habe mich so lange angezogen. Heute machen wir die fünfte. Das ist hier das. Was ist denn da drin? Geht, Karo? Kann ich dir auch eine Handtasche einholen? Das ist ja die Tasche. So sieht die Tasche aus. Wow, ja ist ja auch deine. Und jetzt machen wir den Baby-Born-Kalender auf. Da bin ich mal gespannt, was da drin ist. Oh, schon wieder Schuhe. Echt langweilig. Das ist jetzt für die Lulu? Ja. Guck mal, die Lulu hat neue Stiefel. Aber dafür hat er zwei Sachen, der Lukas. Ja. So, die Karo holt jetzt gleich die Lulu, dann ziehen wir die einmal an. Aber die sehen ja gut aus, ne? Kleine Sternchen. Aber der Lukas hat das in lila. Wow. So, willst du Harry Potter aufmachen? Ja. Das haben wir auch schon hier zusammen gebastelt. Das ist hier. Hier haben wir noch die Einzelteile. Und da muss man wieder was Kleines posten. Okay, ich versuche das jetzt. Ich baue das. Okay, dann mache ich derzeit schon mal hier den Elsa-Kalender wieder auf. Die 5 ist ganz oben, habe ich gesehen. Da oben ist sie. So, was haben wir hier drin? Die Elsa mal wieder. Das ist den ersten Kalender drin. Das ist die Harry Potter-Torte. Echt jetzt? Oh, gucken wir uns gleich an. Jetzt bin ich aber gespannt gleich. Ach, und hier ist diesmal das gleiche drin. Das ist auch nochmal die Elsa. Der Hagrid hat doch die Potter-Torte. Yeah, Happy Birthday, Harry. Happy Birthday, Harry. Ach, wie süß. Das haben die richtig schön gemacht. Guck mal. Kleines Geburtstag-Küchlein. Toll. So, dann machen wir noch den Kinder-Kalender auf. Oh, nein. Gucken wir, was wir hier drin haben. In der 5. Wo ist hier die 5? Hier. Da, okay. Und wieder eine kleine Mini-Schokolade. Cool. So, dann ziehen wir jetzt mal die Lulu an. Oh, die Lulu hat sich umgezogen. Und hier sind die neuen Schuhe. Und sind die schön? Ja. Sieht hier so toll aus. So, du bist noch am Bauern. Und da ist da der Kuchen drin versteckt. Oh, cool. So. Oh, was ist da drin? Ein lecker. Hand, hand, hand. Happy Birthday, Harry Potter. Danke. Und wie hat euch Türchen Nummer 5 gefallen? Gut. Wann sehen wir uns wieder? Morgen bei der 6. Und morgen ist der Lick-Urlaubstag. Oh, da sind wir mal gespannt, was der morgen bringt, ne? Dann sagen wir bis morgen. Und der Harry Potter freut sich auf seiner Torte. Aber der Rest hat sich für später aufgehoben. Ah, cool. Okay. Bis morgen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.